Musik Och Mama, schalt mal weiter, das ist langweilig. Ja, schalt mal um, mach mal ein Cartoons an, Mama, für uns. Nein, Kinder, es ist schon spät. Ich werde jetzt mal eine Serie gucken. Mir gefällt die gut. Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Serie ist total super. Papa, in jeder Folge passiert was Neues. Für alte Menschen vielleicht. Alt? Wie bitte, Julian? Was hast du gesagt? Mama, du hast schon richtig verstanden. Das ist eine Serie für alte Menschen. Also, ich verstehe da auch gar nichts. Was passiert da wieder? Och Mann. Und die reden so komisch. Hallo, ihr Lieben, ich bin wieder da und ich habe auch eine coole Überraschung dabei. Stefan hat mir was mitgegeben und er meinte, dass es euch Kindern auf jeden Fall gefallen würde. Also, wenn es nochmal so eine Serie für alte Menschen ist, dann... Nein, danke. Was denn, Papa? Zeig mal her. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, aber er meinte bestimmt schon. Also, das sind hier Virtual Reality Brillen. Was? Was? Diese Brillen? Ja, davon habe ich schon mal gehört. Also, ich habe ein paar Videos gesehen, wo die so im Einkaufszentrum waren und dann sind die umgekippt, weil die dachten, ein Hai kommt oder sowas. Das war voll lustig. Hey, ich verstehe kein Wort. Aber wenn Stefan sagt, dass das Spaß macht, dann glaube ich ihm. Der hat immer gute Ratschläge. Hey, Papa, warum hast du denn die Korposstonne hier ausgeleert in dem Korb? Ihhh, was ist das? Aber, Emmerlein, das sind doch die Brillen. Fünf Stück habe ich. Und die können wir gleich alle aufsetzen. Oh ja, ich will eine auf jeden Fall. Ich glaube, das hier ist eine Kinderbrille. Aber ich brauche keine Brille. Ich kann gut gucken. Also, das müsste eigentlich passen. Drei Kinderbrillen und zwei für Erwachsene. Hä? Sieht doch alles normal aus. Man kann da einfach durchgucken. Ja, was soll das bringen? Na, irgendwie kann ich noch keinen Hai sehen oder irgendwie sowas. Wo? Also, Martin, ich weiß nicht, was diese Brille bezwecken soll, aber ich sehe eigentlich keinen Unterschied. Sieht alles aus wie vorher. Mama, siehst du mich? Ja, ganz normal. Ich dich auch. Äh, Papa, ich glaube, der Stefan hat uns kaputte Brillen gegeben. Ja, wir sind kaputt. Ach, schade. Ja, ich glaube auch. Ich sehe leider auch nichts. Naja, gut, dann nehme ich sie mal wieder ab. Ich dachte halt nur, ihr wärt bereits ein bisschen Action oder so. Aber anscheinend, äh, ja, wird es die Action heute nicht geben. Oh, toll. Das heißt ja wieder Serien für alte Menschen gucken. Danke, Papa. Oh, Mann, dabei hätte ich mich schon so gefreut. Mama, du siehst aus, als hättest du eine viel zu große Sonnenbrille auf. Hanna, du siehst genauso aus. Oh, Mama, Hanna, ihr könnt die Brillen jetzt abnehmen. Die funktionieren doch nicht. Ach, na gut. Na gut. Zurück in den Korb. War ein Versuch wert. Martin, das hat ja mal gar nicht geklappt. Aber vielleicht hat dir Stefan auch irgendeinen Ramsch angedreht. Nein, ich glaube nicht. Ich, ja, keine Ahnung. Ach, die Werbung ist vorbei. Meine Serie fängt wieder an. Ach, das schaut euch gerade an. Okay, dann mach ich mit. Also, ich hab keine Lust auf diese Serie. Wir könnten ja eigentlich, wir könnten ja diese Brillen eigentlich wieder aussetzen und so tun. Keine Ahnung. Als wären wir Piloten oder so. So Pilotenbrillen, die sind ja auch ganz groß immer. Ja, wir könnten Piloten spielen. So, welche, die Jets fliegen, die haben auch so einen Helm auf und so ein großes Visier. Komm, wir nehmen den Korb mit nach oben. Boah, ich flieg gerade, ich flieg gerade über New York. Wir sind doch ganz drin in unserem Flugzeug. Und jetzt bin ich schon in Los Angeles. Jeder hat sein eigenes Flugzeug. Oh, hier liegt ja noch das Tablet. Da steht doch irgendwas drauf. Kannst du das vorlesen? Hm, da steht mit AR verbinden. Okay. Ja, klick doch einfach okay. Dann geht das bestimmt weg. Ja, jetzt ist es wieder weggegangen, das Feld. Okay. Ist, glaube ich, in Ordnung so. Naja, dann wieder weg mit dem Tablet. Ich flieg jetzt weiter nach Play Mallorca wieder. Ja, da flieg ich hin. Das war ein ganz toller Urlaub. Emma, wo fliegst du hin? Ich werde direkt ins Badezimmer fliegen. Das gibt es, glaube ich, überall. Auf der ganzen Welt gibt es Badezimmer. Hui, ab und nach ins Badezimmer. Platz da, Platz da. Ich will überholen. Der Startflug. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein Dino? Ich glaube schon. Der sieht aber lieb aus, ein Ding. Seit wann haben wir Dinos hier bei uns? Der ist nur zu Besuch. Der kommt bestimmt aus dem Garten. Emma, der ist nicht lieb. Ich glaube, wir nehmen ihn her. Komm, Stell. Ja, weg, 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 weg. Hilfe. Wo sollen wir uns mal verstecken? Ich glaube, der ist immer noch hinter mir. Wir haben uns hin. Weg mit dir, Dino. Oh, vereim euch, vereim euch. Lass die Tür zu. Ist er noch da? Ich weiß es nicht. Will einer gucken? Vielleicht einmal wieder mal gucken. Hilfe. Was ist denn da oben schon wieder los? Kinder. Ach, Martin. Sie werden sich wahrscheinlich wieder irgendein total verrücktes Spiel ausgedacht haben. Hilfe, ein Dino. Ich glaube, der Dino ist weg. Ich glaube, wir können wieder raus aus dem Schrank. Los, kommt. Oh, Mann. Vielleicht ist er bei Mama oder Papa. Wir müssen schnell Mama und Papa Bescheid sagen. Ja, und sie warnen. Mama, Papa. Vorsichtig, vorsichtig. Da ist ein Dino. Die haben einen Dino in unserem Haus. Und der ist hungrig. Oh, Mann. Der ist immer viel größer. Ich glaube, das ist der Vater von dem Dino. Aber die haben doch gar nichts gemacht. Nein, die haben dem Baby nichts getan. Mama, Papa, bringt euch schnell in Sicherheit weg. Weg da, weg da. Da ist ein Dino. Ein Dino? In meiner Serie? Da ist bestimmt gar keiner. Wo ist denn hier ein Dino? Na, direkt mitten im Wohnzimmer. Hilfe. Oh, Mann. Seid ihr blind? Seid ihr blind? Du bist so verrückt. Er ist direkt vor dir. Ja, der haut dich mit seinem Schwanz. Oh, ich glaube, der will in die Küche. Ja, und ich will jetzt noch einen ganzen Kühlschrank aufessen. Oh, Mann. Alex, mir ist auch noch die Sonnenbrille untergefallen. Bitte nicht meine Donuts essen, bitte. Oh, er ist zum Glück weg. Nein, ist er nicht. Nein, der will sich, glaube ich, nur Kaffee machen. Hanna, der ist nicht weg. Der ist doch hier. Direkt vor uns. Oh, Mann. Verschmitte doch einfach. Oh, oh. Emma, ich glaube, der hat es auf dich abgesehen. Oh, oh. Ich schmecke gar nicht gut. Leute, nehm mal die Brillen ab. Seitdem die Brille ab ist, sehe ich ihn nicht mehr. Hä? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn auf einmal? Er war doch gerade noch hier an der Treppe. Und riesengroh. Hm. Ah, Kinder, anscheinend haben die Brillen doch funktioniert. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ja, natürlich. Oh, das war ja cool. War zwar kein Hai, aber ein Dino. Also, diese Brille, die setze ich nie wieder auf. Ich habe hier fast vor Angst in die Hosen gemacht.